Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Geldtransporterüberfall in Berlin. Täter auf der Flucht. Vier Verletzte nach Raubüberfall auf Postbank. Vor einem Bankgebäude in Berlin ist am 29. Juni 2002 ein Geldtransporter überfallen worden. Den Tätern gelang die Flucht. Vier Menschen wurden bei dem Überfall verletzt. Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art in Berlin. Vor einer Bankfiliale in Berlin ist am Vormittag des 29. Juni 2022 ein Geldtransporter überfallen worden. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Am Tatort ließen sie vier Leichtverletzte zurück, eine Wachfrau und einen Wachmann sowie zwei Mitarbeiterinnen einer Bankfiliale. Die Polizei rückte mit 90 Kräften zum Tatort aus, der rund zwei Kilometer vom Kurfürstendamm entfernt ist. Von den Tätern fehlte auch am Nachmittag noch jede Spur. Polizeieinsatz in Berlin. Geldtransporter überfallen. Vier Verletzte. Täter auf der Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Überfall gegen 11.15 Uhr vor einer Filiale der Postbank. Mehrere Täter sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Wie viele genau, war zunächst unklar. Während des Überfalls versprühten die Täter Reizgas. Auch mehrere Schüsse in die Luft sollen abgegeben worden sein. Welchen Hintergrund die Täter hatten und wie viel Geld sie erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Hey guys, this is Ganjsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you. Thank you.